Also, Heiz und Heiz und Berlin, ihr seid hier noch ein absolutes Funken in dem Bundeswehr. Ist das erste Mal hier in Berlin, Red Bull X Fighter Serie. Hat er gewonnen, hat alle draußen fertig, hat er gestern. Jetzt ist er mein Berlin, der ist heute mit Berlin. H Championship, Sticks, Sticks und Sticks. Wärts unschuldigen den Titel des NFL World Champion, Denied Off The Jumps. Einer der schwierigsten zu erregenden Titel, die es weltweit im Free 수도 und Rockschis vorgibt, weil die Szenige so lange es. Und er greift dieses Jahr wieder an, ohne Titel. Und mal schauen, ob er hier aus Berlin vielleicht mal zwischendurch nach Hause nach Spanien fliegen kann. Stammt auf die Strecke aus dem Tsunami. Denn die Tore ist gerade mal 50 Kilo schwer. Und wir haben das Ganze hier mit einem bisschen Detakter nach Hause. Rockstripe vor genau drei Wochen die letzten Schrauben, und das ist ein bisschen entfernt bekommen. Side-Settle Take-off bei Denny Tore. Schöner, yes! Ausgehauen! Die Sammlung jetzt noch ist es 28 Liter Kilo. Lazy Boy! Yes, 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 yes! Thank you, thank you, thank you for your Denny Tore. Die Sammlung jetzt schlitten gegen den Ball. Da läuft alles in Richtung neue Fühle. In dieser Falle bei Denny Tore, das sieht gut aus. Über den Spanier Secret Heart Attack von Denny Tore. Und die Köpfe noch ein bisschen Lander für den Jungen von der Spanien. Lazy Boy! Und die Sammlung jetzt Schrauben ab. Jetzt Schrauben ab, letzter Sprung, was kommt da von Denny Tore! Ja! Also, um ganz ehrlich zu sein, solide Leistung, aber er ärgert sich. Der letzte Trick, der war nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Guck mal, der Weiße. Aber er war ein Weiße für das Team. Fürs Finale wird es heute ein Michael, der Oberste von euch.